Der ehemalige Güterbahnhof zwischen Autobahnen, Gleisanlagen und dem Duisburger Hauptbahnhof. Eine umzäunte Fläche von rund 115.000 Quadratmetern, etwa so groß wie 16 Fußballfelder. Offiziell zugelassen für höchstens 250.000 Besucher. Gekommen sind wohl deutlich mehr. Nur ein Weg führte zur Party und zurück. Ein 400 Meter langer, knapp 18 Meter breiter Straßentunnel, der sich etwa auf halber Strecke zu einer Rampe hin öffnet, die auf das höher gelegene Festivalgelände führt. Der einzige Zu- und Abgang für zehntausende Besucher. Bereits zwei Stunden nach Festivalstart kam es hier zum Rückstau und das Gedränge wurde stündlich größer. Vom Tunnel her drängten tausende Raver Richtung Gelände. In der Gegenrichtung versuchten Besucher, das Festival wieder zu verlassen. Eine schmale Treppe am Rand der Rampe erschien einigen als einziger Ausweg, dem Gedränge zu entkommen. Die Stelle, an der sich heute die Gedenkstätte für die Opfer der Love Parade befindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Ver alcoholic52-XT plupart Untertitelung des ZDF, 2020